oh moin moin leute und seist willkommen zu meiner folge gta online action zusammen mit meiner wenigkeit und diesem schicken lowrider vielleicht kennt ihr gta gta ist ein sehr schönes game und ich spiele gerade mal eine mission weil ich eine mission doch sehr gerne mag ah jetzt fahre ich ich dachte mir warum spielen wir nicht einmal gta wir werfen mal so ein paar granaten wir mischen so fisschen mal die meute auf so jetzt helfen wir noch mal so fisschen fest unser pistole ach so muss auch mein teamkollegen abholen ja ich dachte mir mal da kann er mal einsteigen steig ein junge was reicht's mir hier kommt das seuch oh nicht wundern ich bin am steuer keine sorge wir bocken jetzt einfach mal so ein bisschen hoch dann kommen wir hier hoch so oh ich bin der level 1200er hier ich würde sagen wir fahren mal die abkürzung so wir können mit dem wagen ja nee das wollte ich euch nicht zeigen wow wir können mit dem wagen uns nach links oder rechts neigen so oder so oder so oder so nicht so meine fahrt künstler hat irgendwie ganz am arsch ich würde sagen wir fahren über normal hängt noch so ein barco aber vielleicht kennt einer von euch das lowwiler DLC wenn er sich vielleicht nur bis GTA 5 auskennt kann es ja sein dass wir jetzt scannt und das ist eine mission ja wir driften ja mal ganz schön rein bumm so ich würde sagen wir haben es geschafft jetzt taucht dort so ein bisschen sieht nicht wie sie gute Leute sind in 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 das habt ihr nicht gesehen das ist hochgefährlich hier was ist kurz so das bringt uns um das schicke schwarze Was ist denn das für ein Fahrzeug? Ja genau das ist mein 6x6 Substar Kommt auf so ein Torque Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die nächste Mission Mit und dem schicken Duster hier Boah der ist schlecht, der gefällt mir schon richtig gut Macht Platz Weil es die Mission jetzt so lange dauern sollte Wer sich ja in Cut reinsetzt So ab 15 Minuten so ungefähr Und er kommt drauf an Und dann nicht richtig wundert, dass dann nach die Folge ge-ge-ge-ge-cuttet ist Ich fahre hier schon wieder so easy Ja So A rollercoaster Falls Das sind ja behinderte Leute, deswegen parken wir auf dem Minettenparkplatz war mal den auftrag an hier mal gucken was wir jetzt zu tun haben da ist jemand beigetreten ich glaube dann fangen wir an aber ich würde sagen damit die folge echt nicht zu lange kommt mache ich jetzt hier einen kleinen cut und dann sehen wir uns im spiel wieder